Nachholspiel Postel und der trifft den Pfosten im vom Hannibal Weizmann gehüteten Tor bei den Kölner Haien. Krefeld dann in Überzahl. Acht Minuten gespielt. Sacher mit dem Schuss und auch da klingelt es, weil der Puck am Außenpfosten landet. Immer noch Überzahl Krefeld, dann drei Minuten vor dem Ende. Köln bringt die Scheibe nicht weg. Krefeld holt sie sich. Konstantin Braun mit dem Schuss von der blauen Linie und dann ist da noch eine Schlägerspitze dran. Wie in der Zeitlupe schwer, aber dann doch zu erkennen ist. Die Vorarbeit von Laurin Braun hoch an die blauen Linie. Der Bruder Konstantin Braun zieht ab und Ivan Petrakow hält die Kelle hin und es heißt 1 zu 0 in der 18. Spielminute für die Gäste aus Krefeld. Bis dahin eine verdiente Führung für die Pinguine. Im zweiten Drittel Köln extrem bemüht. Köln mit extrem vielen Schüssen auf das Tor von Nikita Quapp. Aber was da kam auf ihn, das hielt er oder das blockten seine Vorderleute. Oder wie in dieser Szene, das setzten die Kölner Haie wie Marcel Barinka hier neben das Tor. Acht Minuten noch zu spielen im zweiten Drittel. Wieder mal Köln mit einem Angriff. Mit diesem Schuss. Dann kommt die Scheibe zurückzug. Laurin Braun und der schickt Lucas Lezio auf den Weg Richtung Hannibal Weizmann. Und was für eine Glanztat des Kölner Schlussmanns, der heute keinen Backup auf der Bank sitzen hatte, weil Justin Pogge nicht mit dabei ist. Was für eine Wahnsinnstat. Und Lucas Lezio, der ärgert sich über die vergebene Chance. Hatte das 2 zu 0 auf dem Schläger. Rein in den dritten Durchgang. Immer noch 1 zu 0 für Krefeld. Köln auch da wieder mit viel Mühe nach vorne. Aber dann geht auch mal der Schuss nach hinten los, wenn man viel in die Offensive investiert. Wieder der Pass von Laurin Braun auf den Reihenkollegen auf Lucas Lezio. Und der packt mal wieder den Turbo aus dem Tank und scheitert zum zweiten Mal per Alleingang an Hannibal Weizmann. 13 Minuten noch zu spielen. Köln weiterhin bemüht mit Matsumoto. Und dann klingelt es auch auf der anderen Seite. Pfostenschuss. Sie wurschteln den Puck da irgendwie durch. Quapp ist geschlagen, aber der Pfosten rettet. Knapp sechs Minuten noch zu spielen. Wieder fängt Laurin Braun einen Pass ab. Und wen schickt er diesmal wieder auf die Reise? Natürlich Lucas Lezio. Und der nimmt diesmal die andere Ecke und ist erfolgreich. Salewski mit dem Pass bleibt hängen an Laurin Braun. Und Lucas Lezio ist nicht zu stoppen. Und er wählt diesmal die Stockhandseite und überwindet Weizmann zum 2 zu 0. Die 55. Spielminute. Köln nimmt dann früh vor dem Ende den Torhüter raus. Sechs gegen fünf. Redi Tiffels kommt an die Scheibe. Eckersen mit der Vorlage und scheppert. Hier scheppert für Eckersen. Und der findet Freddy Tiffels. Und der fackelt nicht lange. Nikita Quapp sind da kurz. Die Augen verdeckt, weil vor ihm nämlich Marcel Müller gepackt hat. Und das war vielleicht der Knackpunkt bis dahin in diesem Spiel. Denn Köln hat ihm zu wenig die Sicht genommen. Und so kommt es, dass neun Sekunden vor dem Ende Alexander Plank den Puck ins leere Tor einschießt. Zum 3 zu 1 in der 60. Spielminute. Und das ist der Schlusspunkt in dieser Partie. Ja, also war ein extrem gutes Spiel von der Mannschaft. Erstes Drittel super eingestartet. Relativ wenig Schüsse gehabt. Anfang zweites Drittel ein bisschen zwei Minuten bekommen. Ein bisschen Panik gehabt. Aber dann sind wir wieder gut ins Spiel zurückgekommen. Ja, also auf jeden Fall sehr enttäuschend. Wir hatten sehr viel Zeit in der Offensive. Haben aber nicht genügend Schüsse dann aufs Tor gebracht und nicht genügend Druck zum Tor gemacht. Und ja, in solchen Spielen muss man halt wirklich anfangen, alles aufs Tor zu werfen und halt nicht ans Schönspielen zu denken. Die Kölner Haie holen in zwei Back-to-Back-Games gegen die punktschlechteste Mannschaft der Liga nur zwei Punkte. Und die Krefeld-Pinguine gewinnen letztlich verdient mit 3 zu 1 bei den Kölner Haien und holen den dritten Auswärtssieg in dieser Saison. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.